Ich liebe Palmen. In Österreich haben wir leider nicht so viele Palmen. In Österreich können bei uns die Palmen meistens nicht natürlich wachsen, weil es zu kalt ist. Und jedes Mal, wenn ich Palmen sehe, dann fühle ich mich sehr entspannt. Dann bin ich fröhlich und ich denke an Urlaub. Oh Gott, ich liebe Palmen. Es ist einfach so wunderbar. Sehr, sehr exotisch für uns Österreicher. Zumindest für die meisten von uns.